Für Applebee war es einer von drei Siegen an SEM-Wettkampftag, der 2003 eingeführt wurde und als Generalprobe für den Dubai World Cup gilt, mit sieben Rennen allesamt eines der Rennen vom Dubai World Cup Tag widerspiegeln, wenn am 31. März insgesamt 30 Millionen Dollar Preisgeld ausgeschüttet werden. Blair House gewann das Grasrennen Jebel Hatter über 1,8 Kilometer nachdem Führung auf den letzten 400 Metern sechsmal wechselte. Das Pferd aus dem Godolphin-Steil stach schließlich 150 Meter vor dem Ziel mit Jockey James Doyle in den Anspitze durch. Zweiter wurde der von Seed Bin-Suroh trainierte Band Battle vor dem von Mike DeCock trainierten Janobi. Applebee wird sich jetzt auf das mit 6 Millionen Dollar dotierte Dubai-Turf am Dubai World Cup Tag freuen. Die perfekte Vorbereitung für den mit 10 Millionen Dollar dotierten Dubai World Cup aber gelang Nordamerika mit seinem Sieg in der IMAG TUM Challenge, dem mit 400.000 Dollar dotierten Spiegelrennens des großen Highlights vom 31. 30. März. Er setzte sich nach zwei Kilometern auf Sand mit Jockey Richard Mullen mit fünf Längen Vorsprung vor Thundersnow und neun Längen vor Furia Crusader durch. Applebee durfte neben dem Blair House Sieg im Jebel Hatter auch über einen Sieg von Jungle Cat im Natal Jebel Turf Sprint freuen, sowie über den von Hawksbill im Dubai City of Gold zum Abschluss des Abends.